BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN 1 zu 1 der Talk. Hörenswerte Gespräche, interessante Menschen. Montag bis Freitag und Sonntag ab 16 Uhr und Montag bis Donnerstag um 22 Uhr. Star Wars-Fans aufgepasst! Herr Schramm, schön, dass Sie da sind und Ihr Abschiedsprogramm heißt ja Meister Jodas Ende. Woran merken Sie denn, dass die Macht nicht mehr mit Ihnen ist? Allgemeine, körperliche, geistige und emotionale Schwäche. Auch im Volksmund Verzweiflung genannt. 1 zu 1 der Talk. Zu Gast bei Norbert Joa. Georg Schramm, multiple Kabarettpersönlichkeit. Und anscheinend leise verzweifelt. Vielleicht ist es doch nur eine Delle. Also ich meine, Sie sind ja nicht Papst Benedikt. Der fühlte sich schwach, ist aber auch 22 Jahre älter. Aber eine Delle, ziemlich punktgenau zum Renteneintrittsalter, die sollte man doch nutzen. Außerdem höre ich nicht ganz auf, sondern ich höre mit Solo-Kabarett auf. Aber Weihnachten ist Schluss und da sicher kein Rücktritt vom Rücktritt? Nein, ich werde weiter vielleicht mit Kollegen unterwegs sein oder zu bestimmten Anlässen, zu Benefits oder zu Galas oder so. Wenn man mich haben will, dann mache ich noch was. Aber ich will keine Solo-Tour mehr, eine an die andere machen. Das habe ich jetzt 25 Jahre. Und meine Hauptfigur ist erkennbar auch am Ende. Dombrowski, dieser bittere Weltkriegs-Veteran mit der Kunstprothese an der einen Hand, müsste ja rein rechnerisch, ja stimmt, über 90 sein jetzt. Ja eben, es wird langsam schwierig. Also heißt es Abschied nehmen, was wirklich schade ist. Aber ich könnte mir vorstellen, es wird Ihnen auch fehlen. Das können Sie doch noch gar nicht abschätzen. Also Sie waren jetzt vier Abende in Wien vor Hunderten, am Ende vor Tausenden. Jetzt gestern Abend hier im Zirkus Krone. Da reden wir nachher noch drüber. Das muss doch auch eine Lust sein. Da kann man doch auch auftanken, oder? Vor Publikum. Es ist beides. Dann in dem Moment kann es sehr schön sein und großes Vergnügen bereiten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es mir nicht fehlen wird, weil ich eben noch ab und zu mit anderen was machen will und nicht mit einem Schlag radikal aufhören, sondern ich schleiche mich so langsam aus. Und ich bin mir relativ sicher, dass das richtig so ist. Also es ist ein Ende, und zwar ein definitives. Und man spürt auch, warum, wenn wir mal in eine Stelle reinhören aus Ihrem Programm. Wenn man 25 Jahre lang in der Gegend rumhampelt und versucht und zappelt sich einen ab, damit sich irgendwas ändert. Und man versucht es offensiv, man versucht es defensiv, laut, leise und zwischendurch fragt man sich, was ist denn draus geworden von dem, was ich jetzt alles gemacht habe. Nix. Immer ist die Antwort nix. Wenn man da nicht ins Grübeln kommt, August. Mir geht die Zeit davon, August. Die läuft mir weg. Wenn man da nicht ins Grübeln kommt, finde ich, dann stimmt was nicht. Herr Schramm, haben Sie wirklich gehofft, die Welt besser machen zu können? Mhm. Ja. Ist das so ungewöhnlich? Hoffen, dass nicht viele? Also ich kenne eine ganze Menge, die genau wissen, das geht nicht, aber sie probieren es trotzdem. Ich bin, gucken Sie, es ist so, ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen. Meine Eltern waren sehr bescheidene, sogenannte kleine Leute. Beide, kein Beruf, waren ungelernt. Und die wollten, dass es ihrem Kind mal besser geht. Das haben sie hingekriegt. Und ich hatte die Möglichkeit, praktisch in den bildungsbürgerlichen Mittelstand aufzusteigen, in dem lebe ich heute. Und ich hätte gern auch dafür gesorgt, dass es meinen Kindern besser geht. Aber diese Hoffnung ist zum Stillstand gekommen. Dieser selbstverständliche Satz wie früher, unseren Kindern soll es mal besser gehen, der verliert allmählich seinen Sinn. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo das, was wir für besser halten, entweder gar nicht mehr besser ist, oder es nicht geht. Und stattdessen muss ich zugucken, dass Kinder, die heute aus einer bildungsfernen Unterschicht kommen, wie ich heute, nennt man es bildungsferne Unterschicht, muss ich erleben, dass deren Aufschichtchancen, aus diesem Milieu rauszukommen, immer kleiner werden und nicht größer. Und was ist das für ein Fortschritt? Wenn wir in einem der reichsten Länder der Welt nicht in der Lage sind, ein Drittel der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, dass ihre Kinder aus diesem Milieu raus können, mit einer soliden Bildung, durch ein anständiges Schulsystem, denen einen vorwärts zu ermöglichen. Das ist ein Teil meines Pessimismus. Ich kann Ihnen sagen, was das Einzige ist, was mir noch Hoffnung gibt. Die, die ich nicht mehr habe, dieses Gefühl, das mir abgeht, das kriege ich manchmal durch Junge, die kommen und sagen, das tut so gut, wenn sie das sagen, das hilft mir richtig, das baut mich auf. Und ich stehe dann immer und denke, da komisch, mich baut es nicht mehr auf. Aber die baut es auf. Und dann steht man da und denkt, da macht es ja doch noch einen Sinn. Aber ich werde die Müdigkeit nicht los. Bei dem Ganzen. Also der Mut der Verzweiflung wird wahrscheinlich nicht so schnell zurückkehren. Aber wir reden über Erkenntnisse und auch über Bitterkeit und auch eine gewisse Radikalität. Eins zu eins der Talk und mir gegenüber der große Kabarettist Georg Schramm, der gleich eingangs meinte, es kommt bei ihm jetzt langsam auch Verzweiflung dazu, Bitterkeit, eine gewisse Radikalität. Ja, interessant ist ja auch die Reaktion des Publikums. Ja. Wie viel Heiterkeit da ist. Ja, das ist ein ganz kleines Erschrecken und das muss man dann eben mit einem halben Satz auflösen, damit der Heiterkeit da ist und dann kann man sich wieder erschrecken. Sie meinen es nicht? Nein. Das ist kontraproduktiv. Also nicht nur, dass es ein Gesetzesbruch ist. Ich würde für mich selber einen Gesetzesbruch am Ende meines Lebens in Kauf nehmen, wenn ich nicht mehr viel zu verlieren habe, wenn ich wüsste, dass es produktiv ist. Aber das ist es nicht. Da würde einer zum Helden, zum Märtyrer gemacht und das Ergebnis kann man es an fünf Fingern abzählen. Das System, dieses Ausblündungssystem, was der Finanzkapitalismus darstellt, wäre stabilisiert durch so einen Attentat, da bin ich mir vollkommen sicher. Und das Erschrecken bei den Leuten rührt daher, dass mal das radikal ausgesprochen wird von oben herab, von der Bühne, was in manchen so gärt. Ja, wobei es in der Form abgepuffert ist durch einen erkennbar alten Mann, der gerne einen trinkt und der spricht so, wie manche Leute. Wissen Sie, eine der Reaktionen, muss ich dazu sagen, auf diese Nummer oder auch auf andere, ist, dass sie sagen, wissen Sie, warum ich das so toll finde? Der ist genau wie mein Opa oder wie mein Vater. Solche Sätze sind den Leuten nicht fremd. Aber Dombrovsky ist ja nun einer ihrer drei langjährigen Untermieter. Wenn Sie Jahresende aufhören, dann gibt es diese Kunstfiguren ja auch auf der Bühne nicht mehr. Ich glaube, für den Dombrovsky ist es gut, dass er aufhört. weil er ist an einem Punkt angelangt, wo er eigentlich nicht mehr viel zu sagen hat. Es ist alles gesagt, er merkt, und das ist ja ein Teil der Dramaturgie in dem Programm, er merkt, dass er sagen kann, was er will. Die Leute lachen und er regt sich auf und er ist aber mit seiner Verzweiflung alleine. Und der Oberstleutnant sanft leben? Das ist, sagen wir mal, das ist ja die Figur, die am einfachsten gestrickt ist, sagen wir mal so, die ist höchst, also die ist gerade zweidimensional. Der geht einfach in Rente? Der geht in Rente und liest Fachzeitschriften und ist vielleicht noch Mitglied im Freundeskreis des Deutschen Heeres, den gibt es übrigens wirklich, und liest da die Fachzeitung und freut sich, dass es neue Waffensysteme gibt und dass wir demnächst vielleicht auch endlich Kampfdrohnen kriegen, die bewaffnet sind. Da ist ein Spaß dran. Und der Altsozi August? Der August, der wird sich in seinem Schrebergarten, wird er so lange es geht trinken und wenn er Glück hat, stirbt er, bevor ihm der Schnaps nicht mehr schmeckt. Kriegen Sie die wirklich gekündigt aus Ihrem Kopf vor der Führung, die noch ein Eigenleben? Nein, die haben ein Eigenleben. Wenn Sachen passieren im Nachrichtenhörer oder so, dann geistert dann manchmal ein Kommentar vom August durch den Kopf. Das kriegen Sie nicht hin, wegen Eigenbedarf, Georg Schramm, müssen alle drei raus jetzt? Ja, die existieren bei mir im Kopf und das ist ja kein schlechter Platz. Und ab und zu, es gibt so viele Kleinkunstbühnen, die alle Jubiläum haben in nächster Zeit. Und da ich 25 Jahre unterwegs war, kenne ich die alle. Und ich kenne auch ganz viele Veranstalter, die in Rente gehen und ich weiß jetzt schon, wie viele gesagt haben, aber zu meinem Abschied kommst du nochmal und machst eine Viertelstunde. Da habe ich allein ein halbes Jahr in der Gegend rumgurken. Okay, es geht nicht mit einem Stichtag ins Nichtstun. Nein. Der Untertitel von Ihrem Programm heißt ja über die Zweckentfremdung der Demenz. Das müssen Sie jetzt mal erklären. Ja, eine der Ideen bei der Konzeption des Programms, die ich aber im Programm dann nicht untergebracht habe, ist gewesen, Rentner und Rollstuhlfahrer umzuschulen zum Amoklauf. Meine Idee war, das habe ich dann ein paar Mal im Programm ausprobiert und habe gemerkt, da folgen mir die Zuschauer nicht mehr, dann ist Feierabend. Dass ich gesagt habe, warum sind Amokläufer fast immer junge Leute und die ermorden junge Leute, die haben ihr Leben noch vor sich, die Amokläufer auch. Das müssten Alte übernehmen den Part, die nichts mehr zu verlieren haben. Die werden von einem Zivi, den es jetzt nicht mehr gibt, im Rollstuhl irgendwo hingebracht und jagen sich in die Luft, wenn sie am richtigen Platz sind. Da haben sie noch mal was Sinnvolles getan zum Schluss. Aber in ihnen muss es ja wirklich wüten, wenn sie so auf die Bomben setzen. Ja, in meiner Fantasie würde ich gerne das eine oder andere in die Luft sprengen. Manche Zuschauer haben hinterher gesagt, sie dürfen doch eigentlich gar keinen geltenden Eintritt nehmen. Sie reagieren sich auf der Bühne ab, dann sparen sie sich den Therapeuten. Da habe ich gesagt, ja. Oder selber das Bombenbasteln. Ja. Wenn ich mich nicht aufregen würde, würde ich platzen. Als ich noch nie auf die Bühne gegangen bin, habe ich mich auch aufgeregt. Da muss ich mir ja Sorgen machen nächstes Jahr um Sie. Nein. Ich reagiere mich, ich werde dann bestimmt in irgendeinem Verein, aber nicht Kassenwart, sondern gehe demonstrieren und muss sich keine Sorgen machen. Machen Sie sich lieber Sorgen um die Umwelt und um die Verelendung Mitteleuropas in der Krise. Da ist Ihre Sorge besser aufgehoben als bei mir. Ja, ich mache mir jetzt auch gerade ein bisschen Sorgen um Sie. Weil Sie auch die Demenz so in den Mittelpunkt rücken, ist das etwas, was Sie familiär fürchten müssten? Das muss ich fürchten, bei mir. Also ich habe Angst, Angst, dement zu werden und vor allem habe ich die Sorge, dass ich dement werde und diejenigen, die mir am nächsten stehen, sich dann um mich kümmern müssen. Und das, weil ich das für sehr brutal halte. Weil mit fortschreitender Demenz zerfällt die Persönlichkeit. Irgendwann pflegen die jemanden, das ist nur noch die körperliche Hülle des Mannes oder des Vaters, aber nicht mehr die Persönlichkeit. Das ist die Sorge um mich selber, um den Verfall und dass ich das meiner Familie nicht zumuten will. Ich habe Ihr Programm hier aufmerksam gehört. Sie sind jetzt 64 und sind Sie wirklich Mitglied in der Gesellschaft für humanes Sterben? Ja, ja, natürlich. Also Sie haben diese Anleitung mittlerweile zu Hause? Das ist eine lose Blattsammlung und in der Mitte sind acht blutrote oder zehn blutrote Seiten und da steht das drin und ich bin sehr dankbar, dass es das gibt. Ich stehe dazu. Ich finde das richtig. Inge Meisel, berühmtes Beispiel. Inge Meisel war Mitglied bei der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben und hat sich auf diese Art und Weise auf eine sehr friedliche Art und Weise das Leben genommen. Wobei ich bei ihr glaube, so viel ich weiß, dass ein befreundeter Arzt hilfreich gewesen ist, das weiß ich aber nicht. Sie hat das wunderbar hingekriegt. Aber Sie behandeln ja auch im Programm dieses Wörtchen rechtzeitig. Daran werden Sie, wie so viele, vermutlich auch scheitern. Ja, das ist mein Wunderpunkt. Ich bin sehr aufmerksam in der Richtung und ich habe in meinem Bekanntenkreis einige sehr vertrauenswürdige Personen, die ich Freunde nennen würde, viele sind es nicht, die ich gebeten habe, mir zu sagen, wenn Sie den Eindruck haben, dass ich richtig vergesslich werde und anfange, mich falsch einzuschätzen. Aber es kann ja auch noch eine ganze Weile lebenswert sein, wenn man die Worte nicht mehr findet. Ja, auf die setze ich ja auch. Wir kommen in Tiefe, Tiefen und machen hier mal vielleicht eine Zäsur und kommen gleich zu Ihrem Zweitberuf, in Anführungszeichen, dem Leutnant. Mein Gast ist heute, ja, auch Soldat, Leutnant Georg Schramm, Kabarettist im Hauptberuf, geboren im März 1949 in Bad Homburg und jetzt nähern wir uns vielleicht den Feldern, die erklären, woher diese Wut auch kommt, auf die Zustände. Vater, Gelegenheitsarbeiter, Mutter, Zimmermädchen und Hausfrau. Also, man weiß ja, heute Kinder mit solchen Eltern haben fünffach geringere Chancen aufs Abi. Wie kam es dennoch dazu, dass Sie eins machen konnten? Also, mehrere Gründe. Meine Mutter hat mir Hochdeutsch beigebracht. Die wollte nicht, dass ich nur Hessisch rede, wie mein Vater, mein Bruder. Meine Mutter hätte immer gerne eine gute Bildung gehabt, hat aber keinen Zugang dazu gekriegt. Ich hatte das zufällige Glück, eine Volksschullehrerin zu haben, die meine Mutter beackert hat, mich aufs Gymnasium zu schicken. Meine Noten waren keine Einsen in der Grundschule, aber es waren Zweien. Und die hat zu meiner Mutter, meine Mutter hat gesagt, Realschule, alles andere, ist undenkbar in der Familie. Mein Vater war das schwarze Schaf. Und dann hat diese Lehrerin gesagt, nein, bitte versuchen Sie es. Sie werden sehen, der kann das. Diese Lehrerin war unbeirrbar da drin. Und dann bin ich in Hessen aufgewachsen. Es gab Lehr- und Lernmittelfreiheit. Sozialdemokraten legten großen Wert darauf, Arbeiterkinder zu fördern. Und es kam noch der Sputnik-Schock dazu. Damals gab es eine Initiative in allen westlichen Staaten. Der Schock, dass ein Sputnik flog, und das waren die Kommunisten, die dieses technische Wunderwerk vollbracht haben, der war so groß, dass von den USA ausgehend dann bis nach Deutschland diese Initiative kam, Bildungsreserven ausschöpfen aus allen Ecken und Enden. Und davon habe ich profitiert. Und das waren dann bessere Zeiten für Kinder wie Sie als heute? Ja, erschütternd. Und das in Bad Homburg, muss man dazu sagen, was ja nun wirklich, es war damals die Stadt mit der höchsten Millionärsdichte Deutschlands. Ja, edle Häuser um Sie herum und bei Ihnen daheim aber im elterlichen Bücherschrank, ein Motorrad-Handbuch, der Quellekatalog und Sinuhe der Ägypter. Ja. Woher kommt dann Ihre Sprachgewalt? Von meiner Mutter. Meine Mutter hat Eisern gespart, damit wir einen Fernseher kriegen konnten. Sie hatte die Hoffnung, dass mein Vater da nicht mehr in die Kneipe geht. Und die Hoffnung war falsch, aber wir hatten dann einen Fernseher und meine Mutter hat mit mir alle Kabarett-Sendungen angeguckt, die lieben ja im Fernsehen, die drei eben, also die Berliner, die Stachelschweine, Komödchen und Lach und Schieß. Und meine Mutter hat mit mir Theater geguckt im Fernsehen. Es gab damals diese großartigen Inszenierungen von großen Theaterstücken und das hat meine Mutter mit mir geguckt. Die war nie in ihrem Leben, also nach dem Krieg, nie wieder in ein Theater gekommen. Einfach auch aus Geldmangel. Und dann haben wir im Fernsehen uns diese Stücke angeguckt und meine Mutter hat mit mir darüber diskutiert. Und einer meiner Lehrer hat mir dann mal ein Buch geschenkt, Kurt Tucholsky, ausgewählte Werke. Und das habe ich fast auswendig gekonnt. Ihr Großvater, über den haben Sie mal gesagt, er trank und prügelte. Vater trank. Jetzt weiß ich nicht, prügelte auch? Nein, nein, nein. Mein Vater hat überhaupt nicht geprügelt. Er ist, wenn er betrunken war, klein und jämmerlich geworden. Er hat nie die Hand gegen meinen Bruder, gegen meine Mutter oder mich gehoben. Jetzt haben Sie ihm sogar im Buch gleich vorne eine Widmung hinterlassen für August, meinen Vater. Ist es dann eher Mitgefühl? Heute ja. Also mittlerweile ja. Ja, also ich habe über viele Jahre meinen Vater verachtet, dafür, dass ich eigentlich keinen Vater hatte, der einen Schatten geworfen hat, aus dem ich hätte raus müssen oder so. Macht es aber auch manchmal leichter. Ja, ich habe einen Kabarettkollegen, der hatte einen Vater, der einen Riesenschatten geworfen hat und seinen Sohn versucht, heute noch als erwachsener Mensch verzweifelt aus diesem Schatten rauszukommen. Und bei der Gelegenheit habe ich dann gemerkt, so schlecht war das gar nicht, ein Vater ohne Schatten. Ich habe durch die Beschäftigung mit dieser Figur August, die ja also die Charakterstruktur meines Vaters hat, durch die Beschäftigung, durch die Texte, damit habe ich mit Frieden mit meinem Vater geschlossen. Ihr Schulweg, so wie Sie es schildern, der ging zwischen Golfverein, Tennisclub und Villen hindurch und Sie dachten dann unterwegs, ich hasse euch oder ich will das auch mal haben. Beides. Und übrigens, und ich ging dann noch über den Zebrastreifen, auf dem Alfred Herrhausen gestorben ist. Der Zebrastreifen, über den ich jeden Morgen gegangen bin zur Schule, da wurde diese Bombe vergraben, die Alfred Herrhausen das Leben gekostet hat. Und dahinter bergaufwärts wohnt eben nicht nur Herrhausen, sondern auch die Familie Quandt. Nur um es mal abzuholen, wo ich gelebt habe. Wissen Sie, was ich für eine Idee hatte? Ich werfe den Hund reicher Leute vor ein Auto, spring hinterher, rette den Hund, werde dabei überfahren, breche mir beide Beine und als Dank dafür, dass ich ihren Hund gerettet habe, kriege ich von den Leuten ganz viel Geld und werde halb adoptiert. Traurige Fantasie. Nö. Das fand ich, ich dachte, Mensch, da käme ich in diese Kreise. Ich bin zum Tanztee gegangen ins Kurhaus von Bad Homburg, weil ich an die Töchter der besseren Leute rankommen wollte. Das hat zwar nicht geklappt, aber ich wäre gerne gewesen. Nein, ich wollte, und das ist einer meiner Triebfälle gewesen, ich wollte sein können wie die, aber nur gespielt. Ich wollte nicht werden wie die, ich wollte nur das haben, was die haben, aber ich wollte nicht werden wie die, den Preis wollte ich nicht zahlen. Nicht die Herkunft verraten. Sie haben sich jetzt auch nicht geschämt für ihre Arbeiterherkunft. Nein, nie. Aber Sie haben auch gespürt, ich werde da nie dazugehören. Ja, ich wollte zugehören, aber ich wollte nicht wie die sein, ich wollte nur irgendwie da rein. Es gibt ja die berühmte Studie, wonach, glaube ich, die DAX-Vorstände zu über 90 Prozent sich rekrutieren aus Großbürgertum, aus Eltern, die auch in DAX-Vorständen waren. Da gibt es kein Reinkommen. Nein. Auch nicht für die Mittelschicht. Nein. Nach dem Abi wurden Sie Zeitsoldat, haben geheiratet mit 19. Jetzt frage ich mal direkt, war ein Kind unterwegs? Nö. Mit 19 Hochzeiten? Ich war ziemlich orientierungslos und meine erste Frau wusste relativ klar, wo sie hinwollte und wo es lang geht. Die hat mich an der Hand genommen und hat mich geführt, ich musste noch zum Sozialamt damals, damit ich die Genehmigung zum Heiraten gekriegt habe überhaupt. Da waren noch 21 Volljährigkeit. Die wollten von mir wissen, ob ich eine Familie ernähren kann und ich habe gesagt, Entschuldigung, ich bin bei der Bundeswehr, ich habe 380 Mark, meine Frau verdient das Doppelte als Kindergärtnerin oder Erzieher, wie man dann später gesagt hat. Das war dann ein längeres Gespräch, bis sie dann Zähneknirschel gesagt haben, also gut. Sie waren Jahrgangsbester in der Einzelkämpferausbildung. Was war Ihre Lieblingsübung? Nachkampf. Im Ernst? Ja. Also in Ihnen ist aber irgendwo auch Wut und Aggression da, oder? Ja. Ja. Vielleicht auch manches, was Sie anderen vorwerfen. Hm, nö. Wenn man die Aggression gegen die Richtigen wendet, ist das Überlebenssache. Braucht man. Aber ums Plattmachen ging es schon in gewisser Weise. Ja. Nachkampf heißt ja, mit Händen oder Stichwaffen jemanden ausschalten, wie es so schön heißt. Der mich angreift. Den Halbsatz, das haben Sie nicht vergessen, den würde ich jetzt gerne für mich noch zur Rechtfertigung angefügt haben. Und was machte Sie zum Besten? Ich habe ein ganz gutes Körpergefühl gehabt und ich wollte das lernen. Ich wollte lernen, mich auch ohne Waffe verteidigen zu können. Das hat mich sehr fasziniert. Als Kind war ich mal eine Zeit lang im Judo-Verein, aber dann kamen da Schläger rein und haben da randaliert. Dann bin ich da ausgestiegen und das fand ich immer schade. Und beim Einzelkämpferlehrgang konnte ich dann praktisch diese Selbstverteidigung noch lernen, aber eben nicht im sportlichen Sinne, sondern im Kampfanzug und mit dem Holzmesser. Aber gleichzeitig dann auch Schusswaffen-Fan, habe ich gelesen. Ja. Immer noch? Ja, ein gewisser Faible habe ich für die Distanzwaffe, ja. Ich habe ein feines Luftgewehr zu Hause. Also vor mir sitzt alles andere als ein Pazifist. Ja, das können Sie so sagen. Also meine pazifistische Grundhaltung, die ich parallel dazu hatte, die ist mir im Balkankrieg verloren gegangen. Das heißt aber auch, dass Sie in der Wahl der Mittel nicht zimperlich sind. Im realen Leben? Och, da bin ich relativ friedfertig. Aber es erklärt auch Ihre radikale Wortwahl? Ja. Also eine gewisse verbale Radikalität, das müssen Sie mir doch zugestehen. Bevor ich mir dann noch den richtigen Schusswaffen kaufe und eine echte Bombe bastle, bin ich verbal radikal. Das hilft zwar nicht so viel, aber es muntert ja auch manche Leute auf, dann zu sagen, ja, das lassen wir uns jetzt nicht mehr gefallen. Sie wurden ja nach drei Jahren entlassen beim Bund wegen charakterlicher Nicht-Eignung. Ja. Was standen da genau drin? Also der Wortlaut war, dass ich kein inneres Verhältnis zum Offiziersberuf gefunden habe auf dem Lehrgang und die Zusammenfassung war dann charakterliche Mängel. Mir würde die Ernsthaftigkeit fehlen, die für diesen Beruf notwendig wäre. Nicht ganz falsch. Nur diese innere Haltung habe ich geteilt mit drei Viertel der Lehrgangsteilnehmer. Aber ich habe es ein bisschen offensiver zur Schau getragen. Das war das erste Mal, dass ich angefangen habe, mich aufzulehnen, dann in diesem Lehrgang. Und das war ich auch richtig so. Also im Nachhinein habe ich das schon richtig gemacht. Hat mich einen Haufen Geld gekostet, aber es war nicht übel. War Schule des Lebens sozusagen. Und Sie haben das Menschenstudium dann fortgesetzt als Psychologiestudent und dann waren es noch zwölf Jahre in einer Reha-Klinik am Bodensee. Was für Patienten waren da? Wie haben Sie denen geholfen? Das war eine neurologische Reha-Klinik. Das waren also Leute nach Akutschädigung des zentralen oder peripheren Nervensystems. Also Unfallopfer, Schlaganfälle, schwere Schädelhirnverletzungen, aber auch Parkinson und MS-Patienten. Also wir hatten viele diagnostische Aufgaben leider, aber wir haben eben auch versucht Hirnleistungstraining zu machen, Entspannungsübungen und am Rande eben auch sagen wir mal Krankheitsverarbeitung. Da waren sehr viele Psychologen, weil der Klinikleiter war zwar ein alter Nazi, aber er hat eigentlich die psychologische Betreuung von Hirngeschädigten erst salonfähig gemacht in der Bundesrepublik. Das ist ein sehr fordernder Beruf, auch ein sehr sinnvoller, aber zieht wahrscheinlich auch Kraft ab. Wie war es mit der Familie? War das der harmonische Rückhalt, die beiden Töchter und die Frau? Also das hat mir sehr geholfen und dann habe ich ja angefangen auch, ich habe dann Gewerkschaftsarbeit parallel dazu gemacht, ein paar Jahre, das hat mich sehr mobilisiert. Ich habe dann gemerkt, dass mein Beruf allmählich in der Bedeutung immer weniger wird und mich immer weniger interessiert und die Gewerkschaftsarbeit mich mehr interessiert und ich habe dann gemerkt, das kriegt eine Schieflage. So kann ich nicht weitermachen, ich muss irgendwas tun. Entweder ich nehme meinen Beruf ernst, dann hätte ich viel für tun müssen oder ich lasse es und dann habe ich es gelassen. Sagt sich so leicht. Ja. Allerdings haben Sie auch die Familie dann gelassen mit 37. Ja, die haben wir auch gelassen. Klingt nach einer Fetzen-Krise auch. Ja, das war eine richtige, kann man so sagen, eine richtige Sinn-Krise mit Ende 30. Und dann mit 39 gekündigt in der Klinik, wieder Solo. Töchter haben Sie trotzdem gesehen, hoffe ich. Ja. Und haben die Waffengattung gewechselt, ich wurde Berufskabarettist. Da reden wir gleich drüber. Und so sitzt er mir gegenüber, heute bei 1zu1, der Talk. Und ich weiß, er kann sehr austeilen, kann er auch gut einstecken eigentlich. kommt drauf an. Kommt drauf an, um was es geht. Ich bin nicht generell mutig. Es gibt Mut als eindimensionale Charaktermerkmal. Ich bin auf der Bühne mutig und ich bin in der politischen Auseinandersetzung mutig. Und ich kann vor 500 Leuten reden, ohne hängen zu bleiben. Aber wenn es um persönliche Dinge geht, im Vier-Augen-Gespräch mit meiner Frau, bin ich nicht mutig. Und sind auch zart beseitet? Man kann sie auch verletzen mit Worten? Ja. Es gibt so ein paar Segmente, da kann man mich ganz leicht richtig treffen. Also wenn jetzt einer sagen würde, Klassenkampf andersrum, der nervt uns gewaltig mit seinen Anwürfen? Nein, nein. Ich bitte Sie. Ich bin noch nicht mal angezeigt worden. Die Wirkung ist, die wissen doch, die, die mich weghaben wollten, die brauchen mich doch gar nicht wegmachen. Es ist doch ein Ventil für die Bevölkerung. ist doch geradezu ein stabilisierendes Element in unserer Gesellschaft, wenn die Leute ab und zu Dampf ablassen. Die wären ja blöd. Dadurch würden sie mir eine Bedeutung geben, die ich gar nicht habe. Aber Sie wollen ja auch nicht der Truppenclown sein. Nee. Das will ich nicht. Aber ich meine, der Truppenclown hatte für die Moral der Truppe eine wichtige Funktion. Ich bin nicht so hübsch wie Marlene Dietrich, aber Marlene Dietrich war als Truppen, nicht als Truppenclown, aber als Truppenclown von großer Bedeutung für die Kampfmoral der Amerikaner gegen die Nazis. Und warum es das Wort Truppenclown bei Ihnen auch nicht trifft, das ist ja nicht ein bunter Abend zur Zerstreuung und Erheiterung. Bei Ihnen wird ja streckenweiß ganz lang nicht gelacht. Wer aufmerksam zuhört, findet auch gar keinen Anlass zum Lachen. Und ich komme auf den Kleinkunstpreis. Baden-Württemberg. Februar. Da haben Sie einen Ehrenpreis gekriegt und die Rede gehalten und die Reaktion im Saal. Jetzt kommt Zitat. Aufhören, Arschloch, Sauerei. Das ist kein Kabarett, das ist Klassenkampf. Was war da los? Es war ein Glücksfall. Das war ein reiner Glücksfall. Diese Ehrung war fünf Tage oder sechs Tage, nachdem die CDU und die FDP die Landtagswahl in Baden-Württemberg verloren hatten. Und die Honorationen, die sich dann normalerweise nur mit Freikarten versorgen ließen im Europapark Rust und sich umsonst einen hinter die Binde gegossen haben, die saßen als Verlierer vor mir und ich wollte ein bisschen in dieser Wunde bohren. Ja, und dann habe ich gemerkt, dass das an denen nicht wie üblich abtropft, wenn die die Wahl gewonnen hätten. Ich hätte einen ähnlichen Text sagen können, das wäre an denen abgeperrt wie Wasser an der Ente. Aber die waren fertig. Die hatten das noch nicht verbunden, dass sie das Land nach zwei Generationen nicht mehr hatten. Und da haben die gesagt, also so kann man doch mit uns nicht umgehen. Und das habe ich gemerkt und dann habe ich meinem Affen dermaßen Zucker gegeben. Ich habe dann nicht mehr aufgemacht, meinen Text gar nicht mehr gewusst. Ich habe gesagt, diese Chance kriegst du nie mehr. Und wenn es so vereist im Saal, ist es Ihnen nur Lust oder kriegen Sie auch ein bisschen Angst? Nein, Moment. In den ersten zwei Reihen, wo die Freikartenbesitzer gesessen haben, die Honorationen, da ist die Stimmung vereist. Der Tumult ist ja dadurch entstanden und die Stimmung bei denen, weil die Reihen hinter ihnen, das waren Veranstalter, Kleinkunstagenten, Kollegen, da saß praktisch kabarettistisches Fachpublikum und hat sich ein zweites Loch in den Hintern gefreut über das, was da vorne passiert ist. Die hatten mich vor sich und hinter sich eine feixende Meute. Und das haben sie in der Situation nicht mehr ausgehalten. Es war ein Traum, sage ich Ihnen. Sie zehren heute noch davon. Das sehe ich. Ja, weil ich weiß, jetzt kriege ich nie wieder die Chance. Es war großartig. Sie haben Ihr Preisgeld, muss man auch gleich mal sagen, an der Stelle gespendet. Ja, natürlich. Machen Sie immer? Fast immer, ja. Wer kriegt das? Oft kriegt es Medico International. Ich habe es aber auch schon an diese Organisation SOS, Menschen in Seenot, gegeben. Das ist diese Organisation, die diese Fischer unterstützt, diese Marokkanischen, die Menschen aus Seenot gerettet haben und dafür von den Italienern wegen Menschenhandel ins Gefängnis gekommen sind. Und da habe ich jetzt ein paar Mal Geld gegeben, weil die immer wieder ein Boot brauchen. Die Italiener haben es eben nämlich kaputt gemacht. Gestern Abend im Zirkus Krone, Benefits-Abend für Rupert Neudecks Grün, Helme und den afghanischen Frauenverein, da waren Sie auch dabei. Auch ohne Honorar? Ja, klar. Alle, alle, die aufgetreten sind ohne Honorar. Ist das eine Sache der Ehre? Ja. Wenn Dieter Hillewand einen fragt, machst du da mit, es geht um das und das. Wenn ich dann kann, komme ich auf der Stelle. Und das ganze Geld fließt dann in den Aufbau in Krisengebieten? Also es gibt noch das Gute. Ja, das Böse ist schneller, aber das Gute gibt es. Und wer sich interessiert, wie dieser Abend gelaufen ist, mit Dieter Hildebrandt, Frank-Markus-Barbasser, Konstantin Wecker und Roger Willimsen und eben Ihnen, Georg Schramm, wir senden das in den Radiospitzen, den Mitschnitt. Einmal Ende Mai und dann den zweiten Teil Mitte Juni. Da waren Sie wahrscheinlich dann der Oberst-Sanft-Leben gestern, oder? Beides. Ich habe einen Part als Oberst-Sanft-Leben gemacht zu Afghanistan, weil der Roger Willimsen vorher was über Afghanistan gemacht hatte und der zweite Part war als Dombrovski. Da musste ich aber nicht mehr viel machen. Der Frank-Markus-Barbasser hat eine Glanznummer hingelegt und die Leute waren schon völlig aus dem Häuschen. Ich musste nur noch zusammenfassen eigentlich. Von dem gibt es ja auch dieses Programm Worte statt Taten und wenn man genau reinhört, da wird er auch richtig bitter und hat auch keine Lust, nur zur Heiterkeit zu dienen. Er möchte auch, dass sich was ändert. Ich meine, vorhin der Zwischenruf da in Baden-Württemberg, so falsch war der nicht, oder? Das ist kein Kabarett, das ist Klassenkampf? Bei Ihnen? Nein, das ist Kabarett. Das ist eine Bühne und das ist Kabarett und ich nutze die Gelegenheit, dass das eigentlich Unterhaltung ist, um gegen die eine oder andere Regel zu verstoßen. Ich nutze die Freiräume, die da sind, bis an die Grenze, weil wenn ich auf der Straße stehen würde und würde das sagen, hört mir ja gar keiner zu und diese Grenze verwischen, dass es als Kabarett nicht mehr zu erkennen ist, das finde ich toll. Aber der eine Kommentar, der könnte auch von Ihnen selber sein, von Georg Schramm, das Kapital als scheues Reh, das man nicht vertreiben darf, ja, man könnte es auch schlachten. Ja, das sind Schädlingen, also Rehe sind Schädlinge. Also Horst Stern hat das ja sehr schön rausgearbeitet damals, dass Rehe eigentlich Schädlinge sind. Und der Deutsche Wald ist eigentlich gar kein Wald, das ist Hirschlocker mit Fichte überstellt, hat mir mein Förster erklärt. Schädlinge des deutschen Waldes sind Rehe. Und wenn man da ein paar von schlachtet, geht es dem Wald besser, dem Deutschen. Also Sie wären für eine Enteignung zu haben? Nein, ich sage es Ihnen ganz konkret, ein Lastenausgleich. Es gab nach dem Krieg einen Lastenausgleich, in den die Restvermögenden eingezahlt haben. Das haben sie relativ klaglos gemacht und als die Mauer gefallen war, gab es in der CDU die Idee, wieder einen Lastenausgleich zum Aufbau Ostdeutschlands zu machen. Kam sogar aus dem Hause Schäuble, soviel ich weiß. Nur Helmut Kohl wollte die Wahlen gewinnen und da sollte es keine zusätzliche finanzielle Belastung geben. Und ich finde, dass wir heute allen Grund hätten, wieder einen Lastenausgleich von den Vermögenden, also zum Beispiel auch von mir zu fordern. Das würde denen nicht wehtun und davon könnten wir bei uns ein solides Bildungssystem aufbauen und dafür sorgen, dass die bildungsferne Unterschicht ihre Kinder etwas bieten kann, wo sie nicht helfen müssen, damit die aus ihrem Milieu rauskommen. Zum Beispiel. Aber schwedische Verhältnisse mit 90% Abzug wären Ihnen auch nicht wohl, oder? Nein, 90% wären ja zu viel, aber ich zahle jetzt den Höchststeuersatz und wenn der 10% höher wäre, würde ich ihn nicht verarmen. Überhaupt nicht. Die Leute sind in Schweden relativ zufrieden. Also die Gesamtzufriedenheit der Bevölkerung. Wenn die Kluft zwischen dem, was den niedrigsten Einkommen und den höchsten zu groß ist, dann reißt die Gesellschaft auseinander. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Differenz zwischen dem kleinsten Einkommen und dem Spitzenverdiener 1 zu 20. Heute ist es 1 zu 280 und 300. Kennen Sie die Schweizer Initiative, die gerade anläuft? Es gibt Ende des Jahres in der Schweiz eine Volksabstimmung, die heißt 1 zu 12. Die wollen festlegen, das Spitzengehalt eines Unternehmens darf nur noch das Zwölffache des untersten Gehalts sein. Ist das nicht großartig? Da wird manche aus eisigen Höhen stürzen. Ja, das wäre ein sanfter, unbewaffneter Umsturz. Und ich weiß, dass es bei uns nicht kommen wird, aber wenn es von 1 zu 280 auf 1 zu 40 käme, wäre das schon wie eine Revolte. Aber das Land und die ganze Region, die ganze Grundstruktur Europas, der westlichen Gesellschaft würde daran gesunden. Da denken wir immer drüber nach. Manche träumen davon. Ja, ich. Werden Donovan Frankenreiter singt. Life, love and laughter. Es gibt nicht nur was zu lachen heute. Im Gegenteil, es gibt tiefe Einsichten und auch ein Schuss Radikalität mit dem großen Kabarettisten Georg Schramm, der heute bei 1 zu 1 der Talk zu Gast ist. Und während die Musik lief, fiel ihm noch was ein, wie es bei Kabarettisten oft so ist. Ja, ich habe es vergeigt in dem Take davor. Bei Klassenkampf hätte ich erwähnen müssen, natürlich ist Klassenkampf und das sagt einer der reichsten Männer der Welt, Warren Buffett, der erfolgreichste Großsemester aller Zeiten, der hat zu New York Times im Interview gesagt, der zentrale Konflikt unserer Zeit ist der Klassenkampf reich gegen arm und meine Klasse, die Klasse der Reichen, hat ihn angefangen und wird ihn auch gewinnen. Hat er ganz vergnügt im Interview gesagt. Aber es ist derselbe Buffett, der jetzt zwei Drittel oder mehr weggegeben hat von seinen Milliarden. an Bill Gates und seine Stiftung. Und die hat mehr Geld für Entwicklungshilfe in Afrika als alle restlichen Staaten der Welt zusammen. Die können entscheiden, Bill Gates kann entscheiden, wie die Entwicklungshilfe in Afrika aussieht. Das ist keine Lösung. Der hat übrigens gesagt, die schönste Definition, was ist reich, kommt übrigens auch von Warren Buffett. Der hat gesagt, wenn Sie beim Geld zählen eine Million übersehen und merken es nicht, dann sind Sie reich. Das ist ein lustiger Mann, dieser Warren Buffett. An dem Punkt sind Sie noch nicht. Nein. 25 Jahre erfolgreich im Kabarett. Sie haben ja auch noch gesagt jüngst, Sie spüren in den letzten Jahren, der Unmut nimmt erheblich zu. Auch das Lachen und das erlöste Lachen bei diesen sehr radikalen Stellen. Glauben Sie tatsächlich, die Demokratie könnte noch mal wanken? Ich hoffe nicht. Also ich mache mir große Sorgen. Erstmal muss ich sagen, das ist mein Eindruck beim Publikum. Und ich habe jetzt nicht den Querschnitt der Bevölkerung. Ich sage mal so, ich habe die Mittelschicht und das Bildungsbürgertum. Meistens das Publikum und die bildungsferne Unterschicht kommt ja gar nicht. Da gibt es, glaube ich, keine Radikalität im Augenblick zu erkennen. Keine politische. Nein, ich würde das sehr fürchten, wenn die Demokratie ins Wanken kommt, weil ich glaube, davon würden nationalistische Rechtspopulisten profitieren. So gestalten wie Le Pen und Berlusconi. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine linke Grundhaltung davon profitieren könnte, wenn die Demokratie ins Wanken kommt. In Deutschland mit der Geschichte ja leider nicht. Gucken wir mal noch voraus. Fünf Monate bis zur Bundestagswahl. Wählen Sie Peer Steinbrück? Nee, glaube nicht. Ich habe in meinem Leben einmal SPD gewählt, das war Willy Brandt. Und dann gab es immer Gründe, dass ich dachte, ach nee, diesmal will ich doch nicht. Vielleicht ein andermal wähle ich SPD, aber diesmal nicht. Nö, ich muss mich entscheiden, ob ich grün wähle oder links. Und da muss ich mit meiner Frau diskutieren, weil die dann immer sagt, sie geht gar nicht mehr wählen und ich muss sie dann immer rumkriegen, dass sie dann auch wählen geht. Aber Peer Steinbrück glaube ich nicht. Nee. Grün oder links, ich vermute grün. Und werde Zähne knirschen, da sitzen mit verbissenen Gesichtern und werde zugucken, dass unter Umständen die schlechteste Regierung, die wir je hatten, tatsächlich nochmal ans Ruder kommen. Ist unfassbar für mich. Auch das hat Sie verzweifeln lassen und zum Ende gebracht. Bei Jahresende ist Schluss mit den großen Solo-Bühnenauftritten. Dann werden Sie nächsten März 65 und dann spazieren gehen, wie ein Rentner halt es so tut. Dann war ich jetzt schon morgens mit dem Hund und das tut mir sehr gut. Und dann grabe ich Löcher in den Garten und setze da irgendwelche Pflanzen rein. Und ein halbes Jahr setze ich sie wieder um, weil ich sie da falsch eingegraben habe. Und ab und zu diskutiere ich mit Leuten und streite und koche was und esse was und trinke dabei. Spüren den Phantomschmerz an 100 Abenden im Jahr? Ja, ab und zu. Und dann streite ich wieder und dann diskutiere ich wieder. Und vielleicht kriege ich das noch ein paar Jahre hin und habe Spaß dran. Und ab und zu gehe ich irgendwo hin, randaliere rum und tobe mich aus bis sie sagen, Georg, jetzt reicht es. Trinkst du noch einen Schluck und dann wirst du auch wieder friedlich. Und sage ich, ja, danke, dass ich kommen durfte. Aber es müsste Ihre Frau ja fürchten, oder? So einen kleinen Dampfdrucktopf daheim. Nein, ab. Ich bin ja relativ friedlich. Sie können nicht behaupten, also ich habe jetzt viel rumgeredet und auch zu lang gemacht, aber es ist jetzt kein Mensch, der nur verzweifelt ist vorhin. Ich habe eine Grundverzweiflung, aber in dieser Auseinandersetzung, in dem Aufregen, habe ich eigentlich relativ gute Laune, wenn ich erstmal richtig in Rage bin. Habe ich ja Glück gehabt. Ja. Können Sie Ihren 16-jährigen Sohn noch ein bisschen nacherziehen? Nö, ja, ich war meinen Kindern sehr vorsichtig, weil wenn man denen alles erklären will, irgendwann können sie es nicht mehr hören, wenn er so ein Schlaumeier ist. Und die haben... Können Sie mir gut vorstellen, dass der bei der Jungen Union ist. Nein, nein, nein. Also das ist alles gut gegangen, bei meinen Töchtern und bei meinem Sohn. Muss man keine Sorge haben, dass sie politisch in falsche Hände geraten. Also toi, toi, toi. Kein Hauch von politischer Desorientierung. Das kam jetzt gerade so militärisch markig. Jetzt versuche ich es nochmal als Offizier gegenüber dem Leutnant. Dieter Hildebrandt wird in ein paar Wochen 86 und tritt weiterhin auf und startet mit seinem Störsender TV. Mensch, Schramm, reißen Sie sich zusammen, machen Sie weiter. Ja, ein bisschen. Aber Dieter ist für mich in vieler Hinsicht ein Vorbild. Aber diese Beharrlichkeit habe ich nicht. Er ist ein Phänomen. Er ist ein Unikat, der Dieter. Und er glaubt noch, dass die Welt besser werden kann? Ja, unbeirrt. Der Dieter ist da nicht zu beirren. Der hat das Gefühl, er hat was zu sagen. Damit hat er recht. Und die Leute wollen es hören. Und solange die Leute noch das hören wollen, was er zu sagen hat, und solange er was zu sagen hat, macht er das. Das ist bei ihm ganz einfach und übersichtlich. Und Sie glauben es nicht mehr? Ich glaube nicht, dass ich die Kraft habe. Wer könnte Sie ersetzen? Gemeine Frage. Ersetzen gar niemand. Aber es gibt ja andere. die deutlich jünger sind als ich. Frank-Marcus Bauerser ist deutlich jünger als ich. Und der ist auch nicht vom Pappe. Der wird auch immer politischer. Ja, wunderbar. Und immer härter auch. Ja. Und der greift auch die Zuhörer an im Grunde. Ja. Das ist nicht nur wir Guten da unten, wir Bösen da oben. Nein, der große Vater ist auch nicht alt und räumt auf. Reinhard Grebe ist jetzt kein politischer Kabarettist, aber der setzt sich auch mit den Leuten auseinander, will ihnen die Ruhe nehmen, mit der sie da sitzen. Also, da mache ich mir keine Sorgen. Ich hätte gern nochmal einen Spruch von Ihnen aus Ihrem Buch. Lassen Sie es mich so sagen. Zum Finale, Sie ahnen schon, welche Stelle. Ja, ich sehe Sie vor mir. Sie haben es mir angestrichen, damit ich Ihnen nicht das Falsche vorlese. Und das soll ich Ihnen jetzt vorlesen. Ja, und ich frage Sie danach noch was. Ja, ist eine Ahnung. Die eigentliche, zukunftsweisende Politik, die wird von den Interessenverbänden gemacht. Hinter verschlossenen Türen wird das gemacht, nicht? Da werden die Fäden gezogen, an denen die politischen Hampelmänner hängen, die uns in der Berliner Puppenkiste dann Demokratie vorspielen. Und diese Politkasperle, die dürfen auf der Bühne der öffentlich-rechtlichen Bedürfnis anstalten, bei den Klofrauen, wie sie auch heißen, Ilna Maischberger ihre Sprechblasen entleeren. Und wenn nach Verrichten ihrer intellektuellen Notdurft noch was nahtröpfelt, da können sich in der Woche drauf noch mal Beckmann oder Lanz an der emotionalen Pissrinne und das Volk mischen. So sieht es doch aus. Herr Dobrowski. Ja. Hatten Sie das Gefühl, heute an einer Rinne zu stehen? Nö. Sonst wäre ich ja nicht gekommen. Danke. Da gehe ich ja auch nicht hin. Ich gehe ja zu Ihnen. Danke und wegtreten. Nicht ganz abtreten. Danke für die Zeit. Habe ich gern gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020